Hallo und herzlich willkommen bei 10x Trading. Im heutigen Video analysieren wir im Detail die Märkte und es kippt ein Update zu drei Aktien von der 10x Watchlist. Wir beginnen das heutige Video im Wirtschaftskalender, sprechen über die Daten, die wir heute bekommen haben, die wichtigen Daten, die morgen anstehen und auch kurz über das aktuelle Sentiment. Wir haben den Einkaufsmanager-Index bekommen aus China, gemeldet mit 49,7 und damit sogar leicht über der Prognose und auch leicht über dem Vormonat hier mal etwas positive Meldungen aus dem Reich der Mitte. Aber immer noch im Bereich der Schrumpfung mit 49,7, allerdings nur noch ganz knapp unter den 50 Einzelhandelsumsätze in Deutschland wieder stark zurückgegangen im Vormonat, schon minus 0,8 Prozent. Hier hatte man mit einer Erholung gerechnet, aber wieder minus 0,8 Prozent. Auch die Arbeitslosenquote in Deutschland ist leicht angestiegen von 5,6 auf 5,7 Prozent, 18.000 Neumeldungen. Man muss also wirklich sagen, in Deutschland, das kühlt sich jetzt schon wirklich alles ziemlich stark ab. Aktuell Verbraucherpreisindex in der Eurozone leicht über der Prognose auf Vormonatsniveau bei 5,3 Prozent im Jahresvergleich. Dann gab es um 14.30 Uhr die PCE-Kernrate aus den Vereinigten Staaten, allerdings die Daten aus dem Juli, deswegen war die Überraschung hier auch durchaus gering, ist exakt im Rahmen der Erwartung reingekommen. Im Jahresvergleich sehen wir die Kernrate bei 4,2 Prozent und im Monatsvergleich hat sie sich um 0,2 Prozent beschleunigt. Erst Anträge auf Arbeitslosenhilfe in etwa im Bereich der Erwartung reingekommen mit 228.000. Im Vormonat waren es 232.000 und die Erwartung war etwas höher bei 235.000 für diese Woche. Freitag, den 1. September, auch wichtig, heute dieser August, geht heute zu Ende. Ab morgen ein neuer Monat und wir beginnen mit dem Einkaufsmanagerindex im verarbeitenden Gewerbe. Und hier sind wir bei 39.000. Das ist wirklich extrem schwach in der Prognose. Bin ich sehr gespannt, wie der reinkommt. Den durchschnittlichen Stundenlöhnen in den Vereinigten Staaten, lasst uns da mal ganz genau drauf schauen. Das ist natürlich auch ein wichtiger Frühindikator für die Inflation, Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft. Und da wartet der Markt jetzt noch so ein bisschen drauf auf die großen Arbeitsmarktdaten. Morgen eben die Non-Farm-Payrolls, die Arbeitslosenquote aus den Vereinigten Staaten. Und dann um 15.45 Uhr auch noch den Einkaufsmanagerindex. Und der ist auch im schrumpfenden Bereich, im verarbeitenden Gewerbe in den Vereinigten Staaten. Und dann noch der Blick auf Sentiment. Wir haben die neue AI-Ei-Befragung wenig Veränderung von 32,3 Prozent Bullen auf 33,1 Prozent. Die Neutralen haben sich ein bisschen erhöht. Die Bären haben sich ein bisschen reduziert von 35,9 auf 34,54. Aber keine großen Veränderungen, die wir allerdings bei der YouTube-Umfrage schon sehen. Mitten in der Korrektur war die Stimmung extrem negativ. Man muss sagen, ihr seid schon ein guter Indikator. Aktuell allerdings möglicherweise ein bisschen zu optimistisch. Wir schauen uns natürlich gleich die Indizes an. Jetzt kurzfristig vor allen Dingen etwas heiß gelaufen. Und gleichzeitig sehen wir nahezu 50 Prozent wieder Bullen. Unter euch 47 Prozent sind es gerade jetzt zuletzt gewesen. Wir haben die Umfrage heute Vormittag gestartet und nur noch 28 Prozent im Bärenlager. Da waren wir vor gut einer Woche noch bei über 50 Prozent. Wenn dir das Video Mehrwert bietet, lass sehr gern deinen Like da. Das ist der YouTube-Algorithmus. Möglichst vielen Leuten empfehlt. Und abonniere auch den Kanal, dass du jetzt in dieser wichtigen Marktphase nichts mehr verpasst. Damit kommen wir zur Chart-Analyse und beginnen mit den Rohstoffen. Wir schauen zuerst auf WTI Crude Oil. Und da sind wir heute aus dem 61er Fibonacci hier ausgebrochen. Wir haben die letzten Tage auch darüber gesprochen bei der Rohstoff-Analyse. Und vor allen Dingen auch auf dem Discord, dass hier Widerstand war bei den 82 bis 82,20. Wir haben ja auch die leichte Doppeltop-Entwicklung gesehen, aber jetzt heute mit der letzten 4-Stunden-Kerze hier der Impuls-Breakout. Und diesen Chart müssen wir natürlich jetzt wieder auf dem Schirm haben. Wir wissen, dass dieser Chart gerne mit der Inflationserwartung Hand in Hand geht. Und das ist natürlich durchaus wichtig für die kommenden Wochen und Monate. Aktuell ist der Ölpreis jetzt hier angekommen. Wenn wir uns an die letzte Rallye erinnern, hier an die Top-Bildung im Bereich um 84 US-Dollar. Dann die Korrektur. Jetzt sind wir hier aus dem 61er, 65er Fibonacci ausgebrochen. Das kann natürlich jetzt hier zum Support werden. Die 82 US-Dollar aktuell testet der Markt dieses Level an. Wichtige, ja auch der Aufwärtstrend nach wie vor völlig intakt. Ölbullen wollen den Kurs definitiv jetzt über 81,20 halten. Trendbruch, den wollen wir nicht mehr sehen. Da müssen wir uns zumindest hier nochmal diesen Support entsprechend anschauen. Potenzieller Doppelboden. Widerstand nach oben. Wir sind jetzt am 78er Fibonacci angekommen. Das sind hier 83 US-Dollar und 30 Cent, 83,50 ist, wenn wir nach links schauen, hier das Top aus dem April 2023. Und danach gehen wir natürlich eben wieder in den Bereich um 84,85 US-Dollar. Dann natürlich spätestens wieder ein Update zum WCE-Ölpreis. Wichtig jetzt aktuell, habt das hier ganz klar auf dem Zettel, dass der Markt hier nach wie vor bullisches Momentum hat. Übergeordnet sind wir jetzt zwar im 4-Stunden-RSI zuletzt überkauft gewesen. Lassen Sie uns jetzt aber hier mal ganz genau schauen, wenn das jetzt nämlich hier nur ein milder Dip wird beim Ölpreis, dann müsste man durchaus auch damit rechnen, dass der Markt hier nochmal zupackt. Wir kommen zu den Natural Gas Futures. Da haben wir Montag drüber gesprochen. Da waren wir hier im Bereich der 2,68 angekommen. Wichtiger Widerstand. Wir haben dann nochmal einen Support. Wir haben dann tief hier sogar nochmal die 2,55 abgeholt. Hier dieses Gap vom Wochenende geschlossen und direkt mit einem weiteren Gap nach oben hier durchgezogen. Wir sehen jetzt dann auch diese Widerstandszone, wie kritisch das ist. Wir haben zuletzt darüber gesprochen. Die 2,68. Linke Seite. Sehr wichtiger Widerstand gewesen im Mai 23, aber auch danach immer wieder in diesem Bereich abgeprallt. Seitwärtsgang hin eine Weile und gestern sind wir dann ausgebrochen hier mit einem Impuls. Aussage war klar. Nächstes Level sind die 2,80. Und genau da sind die Net Gas Preise reingedonnert, muss man fast sagen. Wir haben dann von hier wieder eine Seitwärtsphase gesehen. Und heute gibt es eben hier diese massive Volatilität. Wir haben jetzt das 50er Fibonacci, der Downside und zusammen mit dem Aufwärtstrend hier als Support getestet. Wichtig ist, sobald wir hier vier Stunden Schlusskurse bekommen, über 2,81 Dollar. Target 2,89 bis 2,95. Und dann haben wir hier bei den Gaspreisen eben auch den 78er bis 88er Fibonacci Bereich angelaufen. Seit dem letzten Top. Habt ihr es mal auf dem Zettel. Hier ist der Aufwärtstrend bei Net Gas völlig intakt. Frisch long reingehen. Kann ich hier definitiv nicht mehr empfehlen. Hatten wir in diesem Bereich herrliche Einstiege gesehen. Dennoch, wer hier noch positioniert ist, kann einen Rest stehen lassen für eine Rallye in dem Bereich 2,90 bis 2,95. Aber ganz klar, wenn man hier vor allen Dingen gut reingekommen ist nach dem Abwärtstrend hier im Rahmen von diesem Breakout, kann man hier in diesem Bereich auch ganz klar Gewinne mitnehmen. Und sollte meines Erachtens den Stop definitiv hinterher ziehen. Wir wollen jetzt keine Kurse mehr sehen. Diese 2,68 sind so kritisch. Widerstand, das müsste jetzt hier zum Support werden. Keine Kurse mehr unter 2,68 bei Net Gas. Wir kommen zum Goldpreis und den schauen wir uns im etwas größeren Chart an. Ich möchte hier mal das 52 Wochen hoch mit drauf haben, was wir gesehen haben im Mai 2023. Habt mir bitte diesen Abwärtstrend auf dem Schirm. Wir sind jetzt hier genau angekommen beim Goldpreis an diesem Abwärtstrend. Der 4-Stunden-Chart ist durchaus heiß gelaufen. Auch eine leichte bärische Divergenz zwischen diesen beiden Tops. Weniger Momentum im MACD bei deutlich höheren Kursen. Wir müssen auch ein bisschen auf den Dollarindex schauen. Schauen wir uns natürlich gleich an. Habt es mal auf dem Schirm, das war jetzt hier eine richtig klasse Rally beim Goldpreis. Wir haben darüber gesprochen, diesen Bereich sollen die richtig mutigen Marktteilnehmer miteinander ausfechten. Und über 1905, 1902 US-Dollar setzen wir uns dann hier mit drauf. Jetzt sind wir wirklich angekommen hier im Bereich für Gewinnmitnahmen. Im Goldpreis kann man jetzt hier definitiv nicht empfehlen, frisch long hinterher zu springen. Wichtig ist aber auch zu sehen, dass dieser Aufwärtstrend hier ganz klar noch intakt ist. Restpositionen jederzeit stehen lassen. Aber an der Golden Pocket kann man hier durchaus, der Downside kann man hier durchaus mal Gewinne mitnehmen. Insbesondere wenn wir sehen, dass eben der Goldpreis durchaus ein bisschen heiß gelaufen ist. Der Dixi möglicherweise, also der US-Dollar-Index möglicherweise hier die Chance zieht für einen größeren Bounce. Wichtig ist aber auch, dass wenn die Bullen hier dieses Level verteidigen können, eben um 1936 bis 1930, dass dann dieser Aufwärtstrend vor allen Dingen auch weiterhin intakt bleibt. Und der Breakout aus dem großen Abwärtstrend öffnet hier zuerst mal wieder den Bereich zwischen 1960 bis 1980. Potenziell natürlich aber auch wieder die Zielzone im Bereich von bis zu 2000 Dollar. Wichtig ist nur, frisch jetzt hier am Aufwärtstrend nicht hinterher springen. Entweder hier einen milden Dip abwarten oder natürlich sich dann den klaren Breakout anschauen über den 1950. Und jetzt kommen wir zum US-Dollar-Index und den schauen wir uns hier auch mal an. Zurück bis zum Mai diesen Jahres, als wir hier das letzte Mal im Bereich von 104,5 Widerstand gefunden haben. Danach gab es die Kapitulation aufs 52-Wochen-Tief beim US-Dollar-Index. Danach hier diese massive Rally-Units hier genau in diesem Bereich der Widerstand. Jetzt gab es den Trendbruch beim Dixi. Wir haben gestern auch im Video darüber gesprochen. Heute die entsprechende Gegenbewegung hier im Rahmen des 23er Fibonaccis, der Rally. Aber auch hier die 200-Tage-Linie in diesem Bereich. Da hat der US-Dollar-Index jetzt hier reagiert. Und das Spannende, und darum geht es jetzt zu beobachten, wird jetzt aus dieser Gegenbewegung, ist das Ganze jetzt hier der Impuls gewesen. Korrektiv ab weiterer Impuls zur Downside oder greifen die Dollar-Bullen jetzt hier so richtig an, erobern den Aufwärtstrend hier zurück und brechen dann eben entsprechend auch aus den 104,5. Ab dann haben wir definitiv hier oben unsere Zielzone auf dem Schirm. Jetzt für den Moment allerdings durchaus hier ein Versuch des Impulses. Beobachtet das jetzt hier ganz genau. Und wir legen uns hier natürlich auch über die Downside unser Fibonacci drüber. Dann sehen wir aktuell kämpfen die Dollar-Bullen hier mit dem 50er Fibonacci der Downside. Die Golden Pocket ist hier bei ca. 103,9 und eben wieder Kurse beim Dixie von über 104. Dann haben wir langsam aber sicher auch wieder eine Indikation, dass dieser Aufwärtstrend zurückgeobert wird und dass das möglicherweise dann sogar eine Bärenfalle war beim Dixie, beim Dollar-Index. Und da müssten wir uns nochmal auf deutlich höheren Dollar einstellen. Und das kann dann wirklich auch nochmal nachhaltig Druck eben ausüben auf die Indizes, Krypto, aber natürlich auch auf den Goldpreis. Gleichzeitig muss man aber auch sehen, dass möglicherweise so ein bisschen das Narrativ gerade verloren geht für einen steigenden Dollar. Denn zuletzt haben wir gesehen, dass die Zinsen und der Dollar Hand in Hand stark angestiegen sind. Und dieses Verhalten sehen wir aktuell jetzt im Angesicht von deutlich abkühlenden Wirtschaftsdaten eben nicht mehr. Die Zinsen hier im freien Fall, möchte ich fast sagen, jetzt aktuell bei 4,08%. Wir haben zuletzt darüber geredet, als wir hier unter die 4,2 gefallen sind, dass ich mir durchaus die Zinsen vorstellen kann bei 4%. Das allerdings dann ein sehr wichtiges Support-Level. Möchte jetzt aber auch mal so ein bisschen schon mal in den Raum werfen, ob das dann hier möglicherweise eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation bei den Zinsen wird. Und sie sich danach möglicherweise sogar unter diesen Abwärtstrend verabschieden. Derzeit jetzt noch ein bisschen mehr Downside-Potenzial hier bei den Zinsen. Aber seid mir bitte darauf gefasst, dass wenn die hier die 4% treffen, das ist ein wichtiges psychologisches Level. Hier ist die 50-Tage-Linie bei der Verzinsung der 10-Jährigen. Hier ist der Support der Bollinger-Bänder und dieser Aufwärtstrend. Den wir eben sehen seit den Tiefs hier im Mai. Absolut nicht überrascht sein, wenn die Zinsen hier nochmal einen Schnapper nach oben machen, um dann eben hier zu sehen. Jetzt dann hier diese Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Und das wäre dann natürlich ein übergeordnet, sehr bullisches Signal. Natürlich zuerst mal für die Anleihenmärkte, wie es dann für den Aktienmarkt aussieht. Und vor allen Dingen in welchem wirtschaftlichen Umfeld das Ganze dann passiert. Müssen wir definitiv beobachten. Übergeordnet, aber natürlich grundsätzlich ein positives Signal, wenn sich die Zinsen hier nach unten verabschieden. Und dass wir abwarten müssen, wie sich das für den Aktienmarkt auswirkt, habe ich deswegen gesagt, weil wir eben nicht wissen, in welchem Umfeld sich im Zweifelsfall die 10-jährige Verzinsung verabschieden würde. Wenn das natürlich dann im Umfeld von großen Rezessionssorgen ist, dann kann es eben durchaus sein, dass am Aktienmarkt eben nochmal das Thema Rezession gespielt wird. Und eben dann möglicherweise die Bewertungslevels nochmal etwas nach unten gedrückt werden in diesem Atemzug. Und das kann dann auch der Grund sein, warum sich die Volatilität aufschaukelt. Und damit hier der Brückenschlag zu den Indizes und zum Volatilitätsindex. Wir haben die letzten Tage darüber gesprochen, potenzielle Harmonik hier bei dem Volatilitätsindex. Gestern haben wir mal über das 78er Fibonacci geredet. Das war hier der Bereich um circa 14 beim Wix. Hat ihn jetzt nicht interessiert. Allerdings wichtig, wir sind jetzt hier angekommen am 88er Fibonacci im Bereich von circa 13,5. Wir hatten hier auch eine kleine Kurslücke beim Wix. Die ist jetzt noch nicht ganz geschlossen. Wir haben hier noch eine zweite in etwa bei 13,4. Allerdings sehen wir jetzt gerade sogar im Moment, dass der Wix hier zumindest eine grüne Tageskerze zeigt für den Moment. Diese Harmonik kann hier abgeschlossen sein. Und das würde eben auch so ein bisschen ins Gesamtmarktbild passen, dass möglicherweise der Dollar seine Erholung nochmal ein bisschen fortsetzen kann. Die Indizes sind kurzfristig ein bisschen überhitzt. Eine Korrektur, ein kleiner Dip darf nicht überraschen. Und das wäre dann eben für den Wix die Gelegenheit, hier nochmal anzusteigen. Das erste Mal schauen wir uns natürlich, falls es jetzt zu einem Anstieg kommt beim Wix, ganz klar an im Bereich der 15. Wenn er die 15 rausnimmt, haben wir dann hier unseren extrem wichtigen Punkt bei den 17. Und das wäre dann hier auch gleichzeitig der Punkt, wo sich der Wix eben entscheiden muss für den potenziell großen Breakout. Oder ob es das dann letzten Endes wieder war mit ansteigender Volatilität. Jetzt ganz kurzfristig haben wir mal bitte auf dem Schirm, dass der Wix hier möglicherweise so ein bisschen am Support angekommen ist. Hier jetzt auch zumindest für den Moment eine Hammerkerze zeigt. Ein Level tiefer hätten wir ihn noch auf dem Schirm hier im Bereich von circa 13,3 bis dann natürlich 12,752 Wochen tief. Das müssen wir beobachten. Potenziell hätte er jetzt aber hier das Kursziel getroffen und könnte damit natürlich dafür sorgen, dass sich die Märkte, Aktienmärkte nochmal so ein bisschen erschrecken. Und in welchen Kurszielen sich dieses Erschrecken bei den Indizes dann abspielen könnte, darüber sprechen wir jetzt in den folgenden Clips. Wenn wir uns die Indizes mal ganz genau anschauen. Wir sehen, dass der S&P 500 mit der letzten 4-Stunden-Kerze hier aus dem Abwärtstrend der Korrektur ausbrechen wollte. Wir jetzt aber mit der aktuellen 4-Stunden-Kerze wieder ganz knapp drunter sind. Wir kämpfen hier gerade um die Golden Pocket, der Downside seit dem Top, was wir gesehen haben Ende Juli. Und das müssen wir jetzt ganz genau beobachten. Der Bereich um 4.500 Punkte ist hier nicht nur lokal wichtig, sondern natürlich auch eine wichtige psychologische Marke. Und war hier auch schon mal im Bereich vom Juli-Support. Habt dieses Level hier definitiv mal auf dem Zettel. Aber eben auch, dass der Wix potenziell am Support ist. Dass die Indizes aktuell eben heiß gelaufen sind im 4-Stunden-Chart. Und wir haben auch die letzten Tage darüber geredet, dass eine Abkühlung zurück in den Bereich 4.460 bis 4.430 hier niemanden überraschen darf. Im Gegenteil, das wäre im Rahmen von dieser Erholung jetzt nach der Korrektur das eindeutig dritte steigende Hoch in Folge. Three Rising Bellies und hier möglicherweise dann sogar nochmal ein hervorragender Kaufzeitpunkt. Selbst Kurse, haben wir auch gestern darüber geredet, selbst Kurse von bis zu 4.400 Punkte wären zum jetzigen Zeitpunkt hier sogar noch völlig unbedenklich. Weil auch das dann nur sogar technisch ein sehr schönes, höheres Tief wäre als zuletzt. Also sind wir definitiv mal darauf vorbereitet, dass die Indizes hier jederzeit ein wenig ausatmen können. Und das muss dann eben nicht gleichzeitig heißen, dass diese Rallye bis zu dem Zeitpunkt eine Bullenfalle war. Sondern, dass wir eben hier im Rahmen von dieser Korrektur hier durchaus eben an dieser Doppelbodenstruktur arbeiten. Das ist eine bullische Struktur mit Kursziel hier oben im Bereich 4.550 bis 4.580 Punkte. Und der jetzt hier in dem überhitzten Umfeld, wer jetzt hier vor allen Dingen richtig schön reingekommen ist in der Nähe der Supports, über die wir geredet haben, 4.320 bis 4.350, kann natürlich hier Gewinne mitnehmen. Bisschen Risiko rausnehmen aus dem Depot, lässt eine Restposition stehen, falls die Märkte direkt durchziehen. Aber baut ein bisschen Cash auf, um hier entsprechend wieder ordentlich nachkaufen zu können. Übergeordnet ist mir wichtig. Wir sind in einem großen Aufwärtstrend. Großenteils auch die institutionellen Anleger haben auf diese Korrektur hier gewartet. Und wir arbeiten durchaus hier an der bullischen Struktur mit deutlich höheren Tiefs. Und alle Kurse meines Erachtens jetzt zur Downside bis in den Bereich 4.420 bis 4.400 Punkte sind hier für die Struktur dieser Korrektur und vor allen Dingen für die Erholung völlig unbedenklich. Wir kommen zum Nasdaq 100 und hier ist die Struktur sehr ähnlich wie beim S&P 500. Der Nasdaq ist allerdings auf 4-Stunden-Basis hier bereits ausgebrochen aus dem Abwärtstrend seit den Tops Ende Juli und testet hier mit der aktuellen 4-Stunden-Kerze vor allen Dingen auch die Golden Pocket ähnlich wie der S&P 500 hier als Support. Wir sehen es auch hier auf der linken Seite. Mitte Ende Juli war der Bereich von 15.400 bis 15.500 Punkte schon mal Support. Und eine Stufe tiefer achten wir natürlich ganz klar hier auf die 15.275 Punkte. Aber beim Nasdaq ist es auch völlig klar, selbst Kurse im Bereich um 15.000, 14.900 wären für die übergeordnete Struktur hier völlig unbedenklich. Im Gegenteil, dieser Aufwärtstrend, den wir sehen, das ist der Aufwärtstrend, der seit Januar diesen Jahres ungebrochen ist beim Nasdaq 100. Den könnte man jederzeit auch nochmal antesten bei einer etwas schärferen Korrektur. Kursziel sehe ich nach wie vor hier im Bereich von 15.750 bis 15.800 und hier müsste man eben dann den Markt im großen Bild nochmal komplett neu bewerten, wie der Dip dann entsprechend abläuft und ob es dann definitiv im weiteren Verlauf auch eben die Chance gibt, dass der Nasdaq aus den bisherigen 52 Wochen hoch ausbricht. Und hier in der lokalen Struktur, das müssen wir jetzt noch beobachten, die nächsten Tage baut sich möglicherweise ein Rising Wedge auf und das kann sich durchaus noch fortsetzen, wenn hier aber dann mal die untere Trendlinie gebrochen wird. Das deutet uns dann durchaus einen gewissen Dip an. Derzeit der Nasdaq über allen wichtigen Widerständen, ganz, ganz wichtig und der Support, den wir jetzt hier auf dem Schirm haben, wo drunter wir uns dann eben um die 15.200 bis potenziell 14.950 kümmern, das ist hier der Bereich um 15.400 Punkte. Wenn du die Reichweite von dem Video deutlich erhöhen möchtest, lass sehr gerne dein Like da, abonnier auch den Kanal und schreib vor allen Dingen auch gerne einen Kommentar unter das Video. Wir kommen zum Dow Jones und der ist heute an den 35.000 Punkten abgeprallt für den Moment mit einer 4-Stunden-Doji-Kerze. Wir sind jetzt aktuell auch drunter, sehen einen Impuls zur Downside. Der Dow Jones hatte sogar kurzzeitig mal diesen steilen Aufwärtstrend zurückerobert, der sich seit Juni nochmal beschleunigt hatte. Da sind wir drunter, ist aber auch alles unproblematisch meines Erachtens. Die Zielzone für einen Dip können wir definitiv in diesem Bereich sehen. Wichtig ist mir nur, nachdem wir diesen Aufwärtstrend, das ist der Aufwärtstrend seit den 52 Wochentiefs, den möchte ich definitiv nicht gebrochen sehen beim Dow Jones. Den haben wir auch hier im Rahmen der Korrektur herrlich bestätigt. Kann jetzt hier wackelig runterkommen, keine Kurse mehr beim Dow Jones unter 34.400 bis 34.300. Diesen Trend könnt ihr jederzeit nochmal antesten und wirklich bullish kann der Dow Jones hier aber erst werden für Kurse im Bereich 35.500 bis 35.700, wenn uns der Markt zeigt, dass wir hier die 35.000 Punkte eindeutig erobern können. Jetzt kommen wir zum Index, den ich aktuell sehr, sehr spannend finde und das wird aktuell auch richtig spannend. Wir kommen zum Russell 2000. Wir sind derzeit über wichtigen Widerständen für den Moment noch. Das muss man ganz klar dazu sagen. 1897 bis 1903 Punkte ist hier die wichtige Zone und da sind wir derzeit drüber mit diesem Impuls, den wir in den letzten Tagen gesehen haben und halten dieses Level jetzt hier auch gerade noch so als Support. Habt das mal auf dem Schirm, dass wir unter 1897 hier meines Erachtens mindestens die Herzlinie antesten von dieser durchaus schönen, respektierten Range, vermutlich aber den Support und dass wir hier dann nochmal Kurse sehen von 1870 Punkten. Ich muss aber auch ganz klar dazu sagen, das wäre noch völlig in Ordnung. Hier nochmal ein Dip in dem Bereich. Ich möchte ihn aber zum jetzigen Zeitpunkt schon nicht mehr sehen unter 1870 Punkte, weil wir eben hier diese gewaltige Schulter-Kopf-Schulter-Formation dann eben potenziell im Chart haben und hier nach dieser Rally, die uns dann eben ein eindeutig tieferes Hoch gegeben hätte, nochmal hier in den Bereich zurückkommen und vor allen Dingen potenziell unter 1830 zu fallen. Das wollen wir definitiv nicht sehen, weil dann eben gerade viele Small Caps, einige bauen derzeit auch an so einem ganz ähnlichen Pattern, unter anderem SoFi haben wir heute besprochen, aber auch Palantir und viele weitere sind hier eben im Bereich einer potenziellen Schulter-Kopf-Schulter-Formation unterwegs und deswegen lasst uns vor allen Dingen ganz genau hinschauen, wie sich der Index hier verhält. Kurse über 1900 Punkte sind sehr, sehr bullish potenziell für Small Caps, vor allen Dingen, wenn sich das hier bullish auflöst, dann gibt es in der Regel, wenn sich so eine potenzielle SKS bullish auflöst, einen gewaltigen Short-Squeeze, das müssen wir uns ganz klar vor Augen führen, weil dann die Stops, die hier gesetzt wurden und die hier gesetzt wurden, fliegen, wenn der Markt nach oben ausbricht. Wichtig ist jetzt aber derzeit vor allen Dingen auch den Blick nach unten und sich bewusst sein, dass wenn wir unter die 1897 Punkte fallen, dass wir dann hier zumindest nochmal um die 2% Downside sehen, beim Russell, bis wir eben hier sehen, ob dann zumindest diese Struktur hält oder ob es wirklich zum alles entscheidenden Backtest dann nochmal kommt von dieser extrem wichtigen Supportzone um die 1830. Wir kommen zum deutschen Aktienindex und der schraubt sich hier langsam, aber sicher am Aufwärtstrend nach oben. Müssen wir jetzt allerdings auch ein bisschen vorsichtig werden, war jetzt hier zuletzt in 4 Stunden RSI auch überkauft. Wir haben jetzt möglicherweise hier auch eine kleine bärische Divergenz im RSI, leicht höheres Hoch mit etwas weniger Momentum. Hab hier auf jeden Fall diesen Aufwärtstrend auf dem Schirm, den möchte man nicht gebrochen sehen. Wir sehen hier aber auch, dass eben die 16.000 Punkte hier durchaus ein kleines Problem sind. Auch die 200er Linie im 4-Stunden-Chart wird hier zum Widerstand. Das sind so Kleinigkeiten, die man beobachtet. Aktuell ist er noch über der 20er Linie im 4-Stunden-Chart, was die DAX-Bullen meines Erachtens hier nicht mehr sehen wollen. Das sind Kurse, wir haben auch in den letzten Tagen darüber geredet, keine Kurse mehr. Unter 15.833 Punkte ansonsten. Natürlich aber im großen Bild nach wie vor das Argument auch von steigenden Tiefs, kann dann jederzeit auch nochmal die 15.7 antesten. Aber wer hier wirklich kurzfristig bullisch ist, um eben auch auf Ziele zu spekulieren im Bereich 16.150 bis potenziell sogar 16.300, der sollte sich im Klaren sein, dass dieser unmittelbar bullische Impuls hier erstmal sich deutlich abkühlen könnte, wenn der Markt hier unter die 15.850 bis 15.830 Punkte fällt. Wir kommen zum Hang Seng Index und der ist hier in einem milden Dip. Das muss man zum jetzigen Zeitpunkt noch als milden Dip bezeichnen, weil vor allen Dingen auch noch der Aufwärtstrend seit dem Tief, was wir am 22. August gesehen haben, intakt ist. Macht dir aber bitte völlig klar, dass diese Supportzone, die wir beim Hang Seng Index hier sehen, extrem wichtig ist. Und ich habe auch nicht ohne Grund nach wie vor das Ziel zur Downside im Chart, die 16.800 Punkte. So hundertprozentig vertraue ich dieser Rally aktuell noch nicht. Deswegen möchte ich gerne sehen, wie er sich verhält, der Hang Seng Index, wenn wir hier in diesem Bereich um die 18.100 bis potenziell 17.900. Aber die beiden wichtigen Kernlevels für mich sind 18.135 und 18.037 Punkte. Das sind einmal die Supports, wir wissen es aus dem März 2022 und das Level bei 18.037 ist ein wichtiger Support aus dem Jahr 2014. Haben wir das mal auf dem Schirm. Der Hang Seng Index ist zuletzt sehr, sehr gut angestiegen, konsolidiert, korrigiert hier, potenziell mild. Das müssen wir jetzt ganz genau beobachten. Noch ist der Aufwärtstrend intakt Bullen. Wir haben vor allen Dingen jetzt gesehen, dass wir nach der Downside aus dem 23er Fibonacci hier ausbrechen. Wichtig ist auch erstes Signal, 18.227, möchte man eigentlich nicht mehr drunter sehen. Und falls er uns drunter dippt, achtet mir bitte auf die wichtige Supportzone bei 18.000 Punkten bis tiefstens hier 17.880. Hier ist noch eine kleine Kurslücke offen, die könnte er schließen, drunter fallen, darf er uns nicht. Ansonsten völlig klar, impulsiv, korrektiv, impulsiv und dann sehen wir den Hang Seng Index. Meines Erachtens auch durchaus nochmal im Bereich potenziell von neuen Tiefs hier. Bevor wir zu den Einzelaktien kommen, möchte ich dich gerne auf das Video hinweisen, was wir heute Nachmittag hochgeladen haben. Detailanalysen zu Alibaba, Alphabet und SoFi. Wir kommen zu den Einzelaktien und wir beginnen mit Canopy Growth. Die Aktie wurde sich jetzt auch gerade zuletzt häufiger gewünscht. Wir hatten sie mal im Cannabis-Video hier im Bereich von dieser Bodenbildung. Da hatte ich euch auf diese potenziell gewaltige Deep Crab-Formation hingewiesen, die hier genau im Bereich vom 161er Extension, also im Bereich der Zielzone, versucht sich einen Boden zu bilden. Wichtig sind hier 50 kanadische Cent in etwa. Das müsste man hier beobachten. Das war jetzt auch gerade zuletzt wieder der Support. Wir haben das hier gerade nochmal intensiv angetestet, übergeordnet hier in dieser Zone auch steigende Tiefs. Ich möchte jetzt ein bisschen vorsichtig sein mit diesem heutigen starken Anstieg. Es geht hier um eine Meldung, dass die DEA in den Vereinigten Staaten die Gefährlichkeit von Cannabis runterstuft um zwei Stufen. Das ist allerdings noch nicht bestätigt. Man muss aber auch wirklich dazu sagen, der Cannabis-Sektor ist so unglaublich ausgebombt. Ja, nicht nur Canopy Growth, auch Tilray und die weiteren Titel. Das hier, die Marktteilnehmer eben nicht viele Gründe brauchen für eine Rallye. Heute, Canopy Growth 30 Prozent im Plus. Ich würde jetzt hier meines Erachtens nicht hinterher springen. Wir haben hier heute auch eine kleine Kurslücke geöffnet. Dips allerdings, wir haben hier meines Erachtens eine interessante Struktur. Gerne mal wieder einen Kommentar unter die Videos, dann schauen wir uns das Ganze mal wieder im großen Bild an. Der ist hier auch extrem tief runtergekommen, der Chart. Keine Frage, das kann hier der Boden sein. Dennoch, nach so einem Pump wie heute wäre ich hier vorsichtig hinterher zu springen. Ziel, was wir uns anschauen, das kann hier die 100-Tage-Linie sein. Wichtig ist aber auch, dass wir es aktuell hier noch nicht geschafft haben, aus diesem Top vom Juli auszubrechen. Das ist hier etwa bei 89 kanadischen Cent in etwa. Das müssen wir beobachten. Habt das bitte auf dem Schirm, dass hier noch kein großer Breakout geglückt ist. Allerdings dennoch, diese Bodenbildung hier nicht uninteressant aussieht. Und wenn die Aktie uns hier nochmal zurückkommt in diesem Bereich, können wir es auch gerne ins Video packen. Wichtig ist allerdings, und das muss man ganz klar auf dem Schirm haben, weil diese Titel dann natürlich zur Downside gerade prozentual sehr, sehr stark nochmal fallen können. Keine Kurse mehr unter dieser Bodenbildung. Und deswegen haben wir auch gerade bitte Preissalarme auf diesem Aufwärtstrend. Dieser steigenden Tiefste ist meines Erachtens hier sehr, sehr wichtig bei Canopy Growth. Und natürlich, man muss auch ganz klar dazu sagen, diese Kapitulation auf der linken Seite war brutal. Wichtig ist einerseits, dass wir hier diesen horizontalen Widerstand auf dem Schirm haben und dann auch die 100-Tage-Linie hier auf dem Schirm haben. Und wenn sie natürlich das rausnimmt, hat die Aktie deutlich mehr Aufwärtspotenzial. Nicht unspannend, aber bitte nicht vergessen, die liegt auch bei mir im Depot, keine Frage. Aber bitte hier nur sehr, sehr kleine Positionsgrößen wählen, meiner Meinung nach. Wir bleiben im Bereich der Meme-Aktien und schauen uns AMC an. Wir hatten die Aktie vor wenigen Tagen mal im Video, als wir hier wirklich in der Phase der absoluten Kapitulation waren. Ich habe mir gedacht, ich packe sie mit rein, weil wir hier in der Nähe der Allzeittiefs unterwegs sind. Wichtig, meines Erachtens, und das sind hier eben jetzt auch nach diesen Stocksplits, die wir zuletzt gesehen haben, hier genau der Bereich von 10 US-Dollar. Ich habe mir auch eine kleine Position hier ins Depot gelegt, wirklich direkt am Support, als wir die Aktie im Video hatten. Ich werde mir aber hier keine Kurse anschauen, die in die Einstelligkeit gehen. Ich möchte hier keine neuen Allzeittiefs sehen bei AMC. Und dann kann das hier durchaus, Verzeihung, interessant werden. Wir haben hier gerade natürlich zuletzt diese brutale Phase gesehen, wie die Aktie kollabiert ist. Nach dem Stocksplit waren das hier Kurse Anfang August im Bereich sogar von 50 US-Dollar. Und das müssen wir uns jetzt hier einfach mal ganz genau anschauen, wie es hier weitergeht. Meines Erachtens, wie gesagt, keine neuen Tiefs bei AMC zulassen. Da können wir uns durchaus hier mal versuchen, die Downside abzumessen. Das 23er Fibonacci wären ca. 20 US-Dollar. Da wäre hier diese letzte Kurslücke geschlossen vom 23. August. Und wenn sie hier ausbricht, Target 25 bis 33, 34 US-Dollar. Können wir gerne auch in den nächsten Tagen und Wochen hier mal ein bisschen draufschauen auf den Titel. Ich finde das nicht uninteressant hier vor allen Dingen mit diesem Triple-Boden im Bereich vom Corona-Tief. Dann eben nochmal im Bereich vom Januar 21-Tief, bevor die Aktie dann eben so massiv nach oben eskaliert ist. Und jetzt hier wieder genau diese Levels abgeholt hat. Gestern hier auch in dieser kleinen Rallye, die wir gesehen haben, massives Volumen drauf bei AMC. Heute sehen wir einen leichten Abverkauf. Wir sind jetzt in etwa auf den gestrigen Schlusskursen gelandet. Die Aktie hatte heute ein leichtes Gap nach oben gezeigt. Wir schließen jetzt gerade diese Kurslücke. Schauen wir uns das mal ganz genau an. Wie gesagt, für mich ist hier wichtig, keine neuen Tiefs bei AMC. Und nach oben hat sie natürlich dann prozentual, gerade mal hier auf das 23er Fibonacci, was wir gerade besprochen hatten, schon mal ca. 50%. Wenn wir hier durchziehen in dem Bereich 30 bis 40 US-Dollar, möglicherweise dann 180% Aufwärtspotenzial. Alleine hier für diese erste Gegenbewegung. Alles möglich, allerdings wichtig, meines Erachtens hier vor allen Dingen auch den Blick auf die Downside richten. Für mehr Aktienanalysen und Trade-Ideen kommst sehr gerne auf den Discord und werde 10x-Member. Dort kannst du dich mit über 350 Mitgliedern austauschen und profitierst ab 4,99 Euro im Monat von meinen täglichen Markt- und Aktienanalysen. Wir kommen zu PayPal und die Aktie ist hier nach wie vor relativ stabil, muss man sagen. Heute mit einem Minus von 1,1% zeigt uns hier eine Doji-Kerze. Wir haben jetzt zwischen den letzten beiden Tageskerzen hier ganz klar ein kleines Doppeltop drauf bei 63,40 Dollar. Wenn wir das nach links ziehen, ist das hier auch in etwa die Zone der Tops, die wir gesehen haben am 14. August und auch am 9. August. Und ganz auf der linken Seite hatten wir schon mal Widerstand gesehen im Bereich vom Mai. Das mal auf dem Zettel. Hier ist aber noch der Aufwärtstrend intakt und da haben wir definitiv unsere Preissalame drauf. Und wir haben auch gestern schon darüber gesprochen, das war jetzt der Beginn einer potenziellen Gegenbewegung auf diese scharfen Abverkäufe. Was wir aber dann nicht mehr sehen wollen, ist eben ein Bruch zurück und das 23er Fibonacci. Vor allen Dingen, weil hier jetzt auch die 20-Tage-Linie zusätzlich stützt. Diese Zone halte ich hier für wichtig bei PayPal. Vor allen Dingen, wer hier sehr aggressiv investiert ist eben in einem Trade. Für wen das nicht hier eine Akkumulation von einer langfristigen Position ist, sondern wer hier wirklich aggressiv drin ist, wer möglicherweise hier auch tief reingekommen ist, sollte den Stop durchaus mal hinterher ziehen und sich hier mal anschauen, wie die Aktie sich verhalten wird im Bereich. Um die 61,60 Dollar, hier ist die 20-Tage-Linie. Hier wären wir dann noch ganz knapp unter dem 23er Fibonacci und vor allen Dingen auch ganz knapp unter dem Allzeit 88er Fibonacci. Diese Zone schauen wir uns mal ganz genau an bei PayPal. Ansonsten hat es hier direkt nochmal Downside eben auch auf dem Bereich um die 59 Cent. Und wer jetzt hier möglicherweise im Rahmen dieser kleinen Erholungsbewegung schon auf guten Gewinn insitz, kann sich durchaus jemals zur Downside ein bisschen absichern. Wenn der Breakout gelingt noch aus den 63,40, bleibt natürlich das Kursziel im Bereich 67 bis 70 US-Dollar stehen. Ich bedanke mich vielmals, dass du das heutige Video bis zum Schluss geschaut hast. Schau mal in die Videobeschreibung. Dort findest du einige Links zu interessanter Literatur rund ums Thema Börse und Trading. Du findest den Broker, den ich für mein Trading benutze und auch die Chart-Software, die ich in den Videos benutze und natürlich auch den Link zur Mitgliedschaft bei 10xTrading. Ich bedanke mich vielmals für deine Aufmerksamkeit und sage Ciao.